Hallo und herzlich Willkommen zu HandCrafted 2017, der neuen Kollektion der Interco-Förer Österreich. Bei mir geht es darum, einen prägnanten Kurzhaarschnitz zu machen, die Form wirken zu lassen, die Form der Haare, die Form des Haarschnittes in den Vordergrund zu stellen, um dadurch die individuelle Persönlichkeit der Kunden in den Fokus zu stellen. Die HandCrafted Kollektion für mich bedeutet, die Kombination zwischen traditionellen und modernen Frisuren zu verbinden. Bei meiner Frisur war mir wichtig, die Kombination zwischen glattfrisierten Elementen und zwischen zwei Zöpfen, die im Nacken unten sehr dirty, sehr locker frisiert werden. Und eben der Kontrast zwischen glatt und zwischen messy frisiert, das ist das, was mir für die Kollektion wichtig war, rüberzubringen. HandCrafted ist für mich eine geistige Inspiration, umgesetzt mit meinen Händen, in eine reale Form gebracht. Das bedeutet in meinem Fall einen Haarschnitt, der inspiriert ist aus der traditionellen Friseurkunst, aber auch sehr starke Elemente hat, dass er jetzt zeigt. Was meine spezielle Arbeit betrifft, war mir besonders wichtig, eine Form zu kreieren, die sehr grafisch geschnitten wird, aber auch zerbrochene Elemente in sich birgt. Und das Ganze unterstützt mir in einer sehr starken, lebendigen Farbe. HandCrafted, die Kollektion Intercovert 2017, ist für mich die Rückbesinnung auf das Handwerk, auf Technik und auf Craftmanship. Bei meiner Arbeit habe ich mir Gedanken gemacht, was zeige ich für eine Technik. Die Arbeit mit dem Lockenstab ist die älteste Form des Frisierens und ich mache aus glatten Haaren schöne Locken und Wellen. Und das ist auch etwas, was im Salon einen raschen Change, eine rasche Veränderung für unsere Kunden möglich macht. Ich wünsche mir einfach, sehr kreativ zu sein, wieder mehr Techniken reinzubringen. Es ist in den letzten Jahren immer weniger geworden, das will ich wieder mehr zum Vordergrund bringen. Ich wünsche mir einfach, sehr kreativ zu sein, wieder zu sein, wieder zu sein, wieder zu sein.